Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinen Kanal. Ich hatte es schon auf Facebook und Instagram erwähnt, ich kann diese Woche leider nicht wie gehabt für euch da sein, versuche aber alles Mögliche wirklich immer mal noch eine Legung für euch reinzuhauen, euch ein Update hochzuladen, um zu schauen, wie so die aktuellen Energien sind. Und lasst uns mal auf deinen Wunschpartner, auf deine Wunschpartnerin schauen. Was gibt es zu sagen, beziehungsweise was gibt es vielleicht auch von deiner Richtung zu sagen? Vergesst nicht, es sind allgemeine Legungen, die können auf sich zutreffen, müssen aber nicht. Und bitte übernehmt die Verantwortung dafür, welche Gefühle ich damit in euch auslösen werde. Wir haben alle eine eigene Intuition und alle einen eigenen freien Willen, um unser Leben wuppen zu können. Also seht das Ganze hier ein bisschen als Spaß an. Es kann auf dich zutreffen tatsächlich, muss aber eben nicht. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute raus in die Welt rufen? Gestern waren ja schon krasse Energies. Vielleicht haben wir ja heute was richtig Schönes dabei. Die möchte förmlich auf meiner Hand liegen. Okay, dann nehmen wir die doch. Dann nehmen wir mal noch den Engel der Liebe. Was darf ich erzählen? Dankeschön, da wollten gleich zwei Karten fallen. Und dann möchte ich gerne mal noch hier ein anderes Engelchen. Oh, die wollte gleich raus schwuppsen. Dann nehmen wir die. Und dann kläre ich hier einfach nochmal auf. Dankeschön. Wow, es geht ja heute voll hier in den Looping über. Gib mich mal was. Dankeschön. So, wenn es noch was zu klären gibt, dann mische ich dann natürlich noch weiter. Aber wir schauen einfach mal, was hat denn er oder sie dir zu sagen. Drückeberger. Uh. Ich weiß, dass du dir eine Aussprache mit mir wünschst. Eine Erklärung oder eine Entscheidung. Ich laufe aber davor davon. Ne, ich laufe aber davor davon. Aha, okay. Ich suche immer wieder Ausreden, um dieses Gespräch zu umgehen. Oder schiebe wichtige Termine vor. Wie soll ich dir eine konkrete und klare Antwort geben, wenn ich doch selbst nicht weiß, was ich will? Also, passt auf. Hier ist eine Person, mit der du vielleicht keinen Kontakt hast. Ja. Hier ist auch eine Person, die in deine Richtung wahrscheinlich nichts klären möchte. Oder auch kein Gespräch führen möchte. Und drückt sich hier so ein bisschen vor einer direkten Aussprache. Es kann vielleicht sein, du wünschst dir hier vielleicht irgendwo konkret. Hast vielleicht auch konkret schon nachgefragt. Und direkt hier, was ist ein Jolosi und so. Und diese Person gibt dir vielleicht nur halbherzige Antworten, beziehungsweise gar keine Antworten. Das kann auch sein. Das ist hier eine Person, die dich sicherlich nur am Haken hängen lässt, gefühlt. Oder es war so. Weil ich habe jetzt in der Legung auch die Erfahrung gemacht, dass das, was hier besprochen wird, auch viel der Vergangenheit entsprechen könnte. Das ist hier so ein Status, der aktuell bei euch ist oder eben schon in der Vergangenheit liegt oder noch gelegen hat. Also, du hattest das vielleicht mit jemandem zu tun. Er oder sie konnte sich vielleicht auch nicht wirklich entschuldigen bei dir. Hat auch nur Ausreden. Und drückt sich eben vor einer Aussprache mit dir. Oder hat sich eben vor einer Aussprache mit dir hier gedrückt. Ich mache mal kurz hier nochmal das Lichtlein aus. Und dann mache ich hier das Lichtlein an. So. Besser, oder? Also, jemand weiß definitiv, ja, du wünschst dir eine Aussprache und eine Klärung von einer Person. Und weißt du, was ich auch so wahrnehme? Dass ihr gar keinen Kontakt mehr hattet. Ja, also, es kann sein, dass du hier vielleicht irgendwas geschrieben hast oder vielleicht auch anrufen wolltest. Oder ihr habt euch in der Stadt getroffen und irgendwie geht man nur noch aneinander vorbei. Und du weißt gar nicht mehr, was Phase ist oder wusstest eben gar nicht mehr, was Phase ist mit dieser Person. Und, ne, so nehmen wir wirklich mal an, es ist total Funkstille, total Ghosting, überhaupt keine Aussprache, überhaupt keine Klärung. Null, nada, niente, nix. Dann will dir hier jemand sagen, ich weiß, dass du dir das wünschst, eine Erklärung und auch eine Entschuldigung. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich auch echt nur ausredend, dass ich immer viel zu tun habe, ne? Es kann auch sein, einige wurden damit oft konfrontiert. Du, ich habe halt viel zu tun, ich habe keine Zeit, ich vergesse das immer, mich hier zu melden. Es tut mir leid und so weiter, ne? Jemand weiß absolut hier gar nicht, was er hier will, ne? Und da nehme ich dich so wahr, dass du die Person bist, die hier darauf schaut, die ja sehr wohl weiß, was sie will. Ja, also ich glaube, das sind hier so meine lieben Zuschauer und Abos, die ich hier jetzt habe, die sehr wohl wissen, was sie wollen. Und hier ist einfach eine Person, die es einfach hier nicht weiß und es kann sein, dass dich das so ein bisschen verrückt macht, ne? Schaut mal, wenn ich hier die Mäuse sehe, komme ich auf dieses Experiment wieder zurück. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, du bist in einer Verbindung, wie eine Maus, ne? Und diese Maus, die kriegt immer wieder Futter, der geht so richtig gut, ne? Und stell dir vor, du bist in einer Verbindung, wo du immer wieder das bekommst, was, ja, wo es dir einfach pudelwohl geht. Dann hast du doch nicht vor, aus dieser Verbindung zu gehen, oder? So, und jetzt stell dir mal vor, diese Maus, die du jetzt hier bist, die bekommt nie Futter, ja? Stell dir vor, du bist in einer Verbindung und du bekommst nie irgendetwas, nie, ja? Jetzt mal bedingungslose Liebe weggelassen, ne? Das hatte ich ja schon geklärt in einer meiner Gedichte, meine Meinung dazu. Diese Maus geht irgendwo anders hin, wo sie sich Futter suchen kann, wo sie das bekommt, was sie braucht. Ja, klimperklar. Und jetzt stell dir mal vor, du bist diese Maus und du bekommst heute mal Futter, morgen nichts, übermorgen mal einen kleinen Krümel. Ah, aber dann über, übermorgen bekommst du ein richtig schönes Menü, aber über, über, übermorgen ist da wieder gar nichts. Und das ist eine Verhaltensweise, die sehr manipulativ ist. Und das, weißt du, das nennt man, ach, sag doch, jetzt will ich wieder schlau wirken. Egal, ich sag's euch später. Auf jeden Fall macht das einfach abhängig, süchtig und ist absolut nicht gut für dein Wohl. Und mit so einer Person hast du es hier zu tun. Es ist schlimm. Es ist einfach nicht schön, wenn man mit einer Person zu tun hat, die dir nur so ein Hin und Her gibt und gar nicht weiß, was sie letztendlich will. Und das könnte dich verrückt machen, das könnte dich traurig machen, das könnte dir Gefühle geben, die, die du so hier einfach nicht verdient hast. Ne, so nehme ich das wahr. Tja. Ja, das ist schon, hm. Ich laufe aber davon. Ich suche mir immer wieder Ausreden, um dieses Gespräch zu umgehen oder schiebe wichtige Termine vor. Und Fakt ist eins. Eine Person weiß hier ganz genau, was sie hier mit dir macht, mit diesem Hin und Her, mit diesem Auf und Ab. Und das ist echt nicht gesund. Das ist nicht schön. Und das nehme ich so wahr, das weiß ja auch eine Person. Eine Person weiß, dass du eine Aussprache verdient hättest und dass du es nicht verdient hast, dass er oder sie hier absolut gar nicht auf dich zukommt oder absolut gar keine Entscheidung trifft oder eben auch keine Entschuldigung zu bieten hat. Ja, und dann haben wir das wieder mit der Schuld. Mit der Schuldfrage. Es würde so viel einfacher sein und gehen, wenn man aufeinander zugeht und sagt, sorry, es tut mir leid. Und eine Person ist wirklich einfach nur ein Drückeberger. Jetzt schauen wir mal weiter. Was hast du hier weiter mit dieser Person zu tun? Oder gibt es hier noch irgendwie eine andere Person, die auf dich zukommen darf? Schau dir das an. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energien zu klären und eine Past-Life-Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Also es ist hier definitiv eine Situation, wo es heißt, lass diese Past-Life-Beziehung mit dem Drückeberger jetzt langsam mal los. Die Zeit ist gekommen, genau diese Energien zu klären, was es hier mit dieser Past-Life-Beziehung auf sich hat. Es ist eine Person, die hast du sicherlich schon früher gekannt. Und es ist sicherlich auch schon eine Form von Ex. Irgendwas hattet ihr hier miteinander. Es ist jetzt wirklich die Zeit gekommen, all das, mit was du dich hier noch belastest, mit einem Menschen, der oder die sich hier nur drückt, gar nicht mit dir redet, sich gar nicht entschuldigt, gar keine Reue irgendwie zeigt, genau diese Person wirklich jetzt loszulassen und nochmal für dich zu reflektieren, Was hast du von dieser Person, wo du nur ein Vielleicht bekommst? Boah, krass, 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 krass. Also viele dürfen hier eine Situation, auch wenn ihr hier schon losgelassen habt, bin ich mir sicher, kommt hier doch eine Person hoch, die in euch aufploppt, wo ihr merkt, oh ja, aber denken tue ich da schon immer nochmal dran. Eine Person, ich habe doch nicht mal eine Entschuldigung bekommen, ich habe also, das darfst du loslassen, das sind die Energies hier. Wow, und wir haben die Sechs der Erde, Geld, Zeit oder Leichtigkeit als Geschenk erhalten, neue Karrieremöglichkeiten, einen Kredit bekommen oder Schulden zurückzahlen. Also hier könnte es wirklich sein, so blöd wie es klingt, wenn es nicht in der Liebe läuft, dann läuft es aber hier mit der Kohle. Aber was ich auch so reinbekomme, ist dieses, du wirst diese Schulden, weil ich hatte das Thema jetzt auch so komischerweise gefühlt angesprochen, als würde ich es ansprechen müssen. Diese Schuld, die du hier hast, in einer Situation, die wird, die wird irgendwo zurückgezahlt, ja, und im positiven Sinne, und es kann sein, selbst wenn man Pech in der Liebe hat, dann könnte man hier wirklich Glück im Spiel haben und trotzdem eine Zeit der Leichtigkeit wiederkommen und du wirst es als Geschenk erhalten. Irgendeine Situation kommt in dein Leben, wo du, wo du sagst, boah, krass, das ist echt ein Geschenk hier. Das kann auch mit einem Menschen hier zu tun haben, er oder sie könnte dir viel Leichtigkeit geben und es, weißt du, ich nehme es jetzt mal nicht nur als, als Geldkarte wahr, sondern wirklich als, bei die sechs der Erde, das sind die sechs der, der München und das ist, als ob hier ein Ausgleich geschaffen wird, das heißt, wenn dieses Karma hier mit dieser Person nur dieses ist, dass du es loslassen sollst, ja, weil da gibt es nichts zu holen, dann kommt hier ein Bombenausgleich in dein Leben, wo du das Gefühl hast, dass diese Schuld, die du vielleicht noch spüren könntest, in einer Situation mit einer Past Life beziehungsweise mit einem Ex oder aktuell vielleicht noch mit einem Drückeberger, dass das, du kriegst hier positives Karma, mein Engel, ja, lass mich mal schauen, guck mal, wir haben dich oder deinen Wunschpartner, deine Wunschpartnerin oder eben den Drückeberger, ich weiß es nicht, wir haben die Fische, wow, schau dir das an, also es ist voll mega, also hier kann es zwei Seiten geben, dieser Medaille, du bekommst, ähm, wirklich, irgendwie wird so sein, es wird was auf dich zukommen, wo du das Gefühl hast, boah, das ist wie Balsam für die Seele, das ist wie Balsam für die Seele, und gleichzeitig kann es tatsächlich sein, dass du hier viele Geldgeschenke erhältst, oder eben auch im weitestgehenden Sinne viel Wertschätzung erhältst, das ist aber noch so hinter dir, weil du noch zu sehr in der Vergangenheit hängst, und wenn du nach vorne schauen würdest, dann, ähm, sehe ich hier eine große Wertschätzung, die dich, die auf dich zukommen darf, und dieses Karma, diese Wertschätzung, die dir hier eine Person vielleicht wirklich niemals mehr überbringen wird, weil es einfach ein Feigling ist, bekommst du von irgendeiner anderen Seite her, vielleicht von vielen Freundinnen, die Blumen stehen auch für viele Frauen, es könnten auch mehrere Männer sein, ne, dass du irgendwie ein paar Flirts haben könntest, weil die Fische stehen hier auch für einen König, es könnte hier der König der Kelche sein, so nehme ich das mal, weil wir haben das Wasser hier, und, ähm, dass du da irgendwie von, es kann auch die Königin der Kelche sein, ne, ähm, irgendeine Person schenkt dir eine mega Wertschätzung, ähm, du bekommst sozusagen diesen Mist, der dir hier passiert ist, von einer ganz anderen Person hier zurückgeschenkt, und das ist hier definitiv auch, ähm, mega Ausgleich, mega, und du wirst das Gefühl haben, diese Person, die hier auf dich zukommt, und, ähm, auch so eine Gefühlstiefe hat, so nehme ich das auch wahr, schenkt dir hier wieder viel Leichtigkeit, und du hast das Gefühl, boah, ey, es ist hier einfach nur ein Geschenk, ne, dieser König, diese Königin, äh, wenn, selbst wenn es nur ein guter Freund ist, eine gute Freundin, aber es kommt eine Person in dein Leben, die das wieder heil macht, was hier jemand echt versaubeutet hat, ne, ja, so, dann lasst uns einfach nochmal auf den Drückeberger schauen, einmal bitte noch eine Klärungskarte auf den Drückeberger, was haben wir da für eine Message, Dankeschön, die sieben des Feuers, verteidige deine Überzeugungen und Entscheidungen, bleibe standhaft, aber wähle deine Kämpfe mit Bedacht. Also, es ist so eine Message von, hm, jemand könnte hier schweigen, weil, hm, ja, also irgendwie ist es eher so die Message, an dich, ne, gerade weil hier jemand gar nicht weiß, was er oder sie will, ist es echt die Message hier an dich, du sollst deine Überzeugungen und deine Entscheidungen wirklich weiter, ähm, verteidigen, ja, du solltest auch einfach standhaft bleiben und dich nicht unterkriegen lassen, weil du es hier mit einer Person zu tun hast, die hier nicht weiß, was sie will, ne, ja, ja, also das ist eigentlich nur so wirklich, es ist, ja, es, manchmal ist es mal in einem Satz einfach ausgetragen, also einfach ausgesprochen, damit du weißt, wie du hier weiterhand, also weitergehen sollst, aber, ja, es war ja sicherlich eine Situation, wo es eben wirklich um Entscheidungen ging, ne, und, ähm, jemand kommt hier nicht irgendwie in die Pötte, weil sie weiß selber nicht, was sie will und hier sehe ich dich doch, was habe ich gesagt, ich nehme dich doch schon so wahr, dass du deine Überzeugungen und Entscheidungen weiter verteidigen darfst, dass du bei dir bleiben darfst, selbst wenn eine Person hier nicht, hier ist ja eine Person absolut nicht bei sich und ihr seid doch hier schon so weit, ne, ihr dürft standhaft bleiben in einer Situation mit einem Drückeberger, wo ihr sagt, boah, ich lasse das jetzt hier mal los, ne, ich lasse es einfach los, also, ja, ihr bekommt sozusagen das Go dafür, ne, und du darfst deine Überzeugungen und auch deine Entscheidungen auch wirklich verteidigen, und dich nicht da irgendwie weiter unsicher machen lassen, weil eine Person dir gegenüber unsicher ist, weißt du? Ja, lass uns mal weiterschauen auf diesen König hier oder auf dieses schöne Geschenk, das, was du hier noch nicht siehst. Sechs des Wassers, Erinnerungen aus deiner Geschichte oder Kindheit, etwas, das mit Kindern zu tun hat oder eben auch die Vergangenheit verklären. Also, ich nehme das hier so wahr, dass ihr, dass genau diese Person diesen Prozess hier mit dir durchmachen wird, indem er oder sie dir hier zuhört, vielleicht mit dir zusammen nochmal in die Kindheitstage eintaucht, ne, wir haben ganz viel Wasser, wo man echt in die Gefühlstiefe nochmal reingeht, wir haben die Fische, die auch für die Seele steht, und klar, es kann auch sein, dass ihr auch euch über Kinder hier austauschen könntet, vielleicht auch generell über einen Neuanfang im Leben austauschen könntet und dass ihr auch gemeinsam so volles Brett in die Tiefe gehen könnt. Und es ist hier ein Geschenk. Es wird für dich so sein wie ein Geschenk. Du wirst vielleicht auch sagen können, boah, endlich mal ein Mann, endlich mal eine Frau, der oder die mich hier einfach auch mal versteht. So kann ich das auch sagen. Und jemand hilft dir auch dabei auf die Frage, boah, bin ich jetzt hier irgendwie verkehrt oder ist der Drückeberger hier jetzt irgendwie verkehrt, ne? Es ist eine Person, die hilft dir, die eben sagt, hier, ich habe die Antwort darauf, verklärst du die Vergangenheit oder verklärt er oder sie die Vergangenheit. Und wir haben hier ja nun auch wieder die Past-Life-Beziehung mit diesen Drückeberger, den wir hier haben, ne? Schaut euch das mal an, wie sehr das hier stimmt. Und hier wird dich wirklich, ja, und du guckst auch noch mal in die Vergangenheit, in diesen Kartendeck, ne? Aber es steht hinter dir eine ganz wichtige Person, die für dich, die wird sich für dich so anfühlen wie ein Geschenk, ja? Und das ist Karma. Das ist wirklich so gewollt. Du bekommst in der Form etwas richtig, richtig Gutes zurück. Etwas, was du wirklich verdient hast. Eine Person, die auch wirklich offen dafür ist, dich und deine Geschichte kennenzulernen und eben wahrscheinlich vielleicht dann auch weiß, was er oder sie hier auch will, ne? So nehme ich das auch wahr. So, ich will trotzdem noch mal weiterschauen auf die Lenormons. Ja, ganz klar, eindeutig. Also, es ist, es ist wirklich eine Person, die hilft dir einfach wieder, Klarheit in dein Leben zu bekommen. Ja, es fühlt sich vielleicht für dich noch so an wie, boah, ey, ich sehe hier irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was Phase ist. Es könnte auch sein, dass genau diese Person, die hier so mega unsicher ist, man nennt das Spiegelneuronen, ne? Dass diese Unsicherheit auf dich abgefärbt ist, beziehungsweise, ja, irgendwie ist hier was abgefärbt von einer Person, die dir einfach nicht gut getan hat. Und hier möchte dieses Verklärte in deinem Leben, hier möchte wieder Licht reinkommen, ne? Und zusammen mit der Sonne und dem Baum steht das eben wieder für Vitalität, für Lebenskraft. Es kommt wieder, mein Engel. Und hier hat es geblitzt, ne? Geregnet. Unklarheiten. Hier gab es irgendwie vielleicht Beef, aber wie ich es auch wahrnehme, gab es gar keinen Beef dann zum Schluss mehr. Und das hat dich so gefühlt im Nebel stehen lassen. Und das will jetzt aufhören, ne? Die Sonne soll einfach wieder in deinem Leben scheinen. Es soll dir einfach wieder fruchtbare Tage hier geben und bieten. Und das wird eine Person sein, die du hier wirklich verdient hast in deinem Leben, die dir diese Lebensenergie, die man dir hier mit so einer Person, ja, ich will, nein, ich will nicht, gegeben hat, diese Person, die auf dich zukommt, die wird dir wirklich das geben, was du verdient hast. Und das ist nicht nur hier Kohle, 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 sondern das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, viel Vitalität. Und die tut dir einfach mega gut. Und das ist wunderschön zu erkennen, wie ihr beide dann auch zusammen nochmal in die Vergangenheit eintauchen könnt, dass ihr beide da auch offen für seid. Und hinterher ist es einfach nur ein Geschenk, und ein Mensch, der dir auch hier wirklich ganz nahe steht. Guck mal, und dann kommt der Anker. Du wirst deinen Anker, also jemand hilft dir hier mega bei deinem Leben, äh, bei deinem, guck dir das an, die Sonne scheint auf den Anker. Jemand bringt dir wieder ein Gefühl von Botenhaftung, von Wiederankommen. Ja, aber auch so ein Gefühl von Stabilität, ja. Du wirst dann wirklich sagen können, boah, ich fühle mich einfach wieder in mir selbst gefestigt und auch außerhalb meines Lebens gefestigt. Das ist eine wunderschöne Message. Und ich habe hier wirklich, es ist ein Mensch, der oder die hilft dir. Und diesen Mensch siehst du als Geschenk einfach nur an. hat dir viel zu geben und das ist eine Situation, die auf ewig ist. Respektier den Ort im Anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektier den Ort im Anderen, der ewig währt. Also hier geht jemand mit dir sehr respektvoll auch um. Ja, und ich glaube auf diese Art und Weise kann hier auch eine Transformation stattfinden zwischen euch und schaut ihr das an. Für alle, die es noch nicht glauben, Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Und ich möchte nicht ausschließen, dass das genau dieses Karma hier ist. Ich hoffe, es trifft auf viele hier zu. Indem ihr eine Situation loslasst, steht hier, kommt hier die Überfülle, in deinem Leben. Lebenskraft, Vitalität. Eine große Liebe steht vor der Tür, meine Lieben. Klopp, klopp und lass sie herein. Und das darf auch gern auf ewig sein. Und das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Und das sind mal wunderschöne Energies, die ich euch heute hier hochladen darf. Ich freue mich wirklich sehr. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnieren würdest. So bekommst du von YouTube immer eine Message, dass ich eine neue Lego hochgeladen habe. Schaut unter das Video, was ich noch so mache, falls ihr Interesse habt. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Frauentag noch. All the single ladies, all the single ladies. Wow. Ich habe euch lieb. Tschaui.